willkommen bei profi schnapp.de hier im showroom in empfingen heute zeige ich ihnen ein schnäppchen von willi schillig und zwar die garnitur lx 228 66 als zweiteilige garnitur in leder longlife z 75 36 camouflage ein kundenstern das heißt kunde hat bestellt und dann aus irgendwelchen gründen vor lieferung wieder storniert vielleicht ist das geld alle gewesen oder 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 auf jeden fall kam die garnitur bei uns zu uns als schnäppchen original verpackt und was kann ich ihnen sagen ein sehr guter sitzkomfort mit federkern im sitz eher etwas fester genügend sitztiefe auch für mich ich bin 1,83 m auch hinten etwas fester zweiteilige ecke hier kann ich natürlich sehr gut liegen die kissen gehören nicht dazu die machen wir weg für die passen aber die gehören nicht dazu kann ich also hier wunderbar legen so um oder so um die kopfstütze ist original nicht im preis enthalten aber wird separat angeboten ja ich kann die verstellen so dass ich hier absoluten hochlenkung vorhaben sehr schlanke feine füße und ein ganz tolles longlife leder mit einem leichten melierung in diesem wunderschönen grünton jäger grün oder oliv grün wie sie wollen sie können die kopfstütze natürlich überall reinstecken sie ist nicht im preis enthalten eine ganz tolle garnitur mit ganz klassisch kubische ausrichtung tollen sitzkomfort sie brauchen 2,95 m auf der langen seite 2,15 m auf der kurzen also kompakte maße schöne bodenfreiheit schilik qualität okay habe ich zu viel geschwärmt dann halte ich jetzt meinen mund und empfehle ihnen wenn sie die gruppe mögen wenn sie ihnen gefällt schnappen sie zu lx von willi schilik 2290 plus fracht dankeschön und tschüss schnappen sie zu ihr lutz reinhardt